herzlich willkommen moin moin leute was geht ab heute gibt es mal ein etwas anderes video für eine tagestour ich hoffe es wird euch gefallen herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute in einer flassenen ziegelei vergesst nicht zu liken kommentieren abonnieren und tut dem ins ich kann nicht anspringen wenn mich jemand anguckt das ist wieder super für die outtakes outtakes klappe neue szene sehr gut also ich bin der überzeugung die richtigen highlights gibt es ja das soll jeder wirklich sich selber im bild von machen aber ja das hier ist kostenpflichtig und ja man muss nun mal 70 euro beraten und ja es ist nicht gerade wenig geld für das was einem hier geboren wird es ist einfach so dass die gebäude hier und da wirklich interessant sind vom baustil wie gesagt die treppenaufgänge sind hier und da auch toll aber wirklich dieses geld auszugeben bewusst auszugeben da kann ich auch genauso sagen schaut euch mein youtube video an ein glücker jemand steckt sich fein den hauschtüssel gleich morgens ein ich singe liet für die und dann fragst du mich willst du mir tanzen gehen oh gott ich träge jetzt und doch fahrhin probiert und sicherheitsdienst davon zu überzeugen dass er mit ihr da rein geht ein kleiner blick rein warfen darf aber scheinbar bin ich nicht besonders genug immer wieder auch der kommentar ja wenn ich jetzt daher komme und das machen möchte möchte das jeder machen habe ich gesagt ja verstehe ich aber das laufe ich fast gegen die leiter um das muss ja niemande kriegen give it to me baby give it to me baby Und all the girl you said, pretty fly for a white guy Immer noch auf dem Weg zur nattsten Location Freunde hier grüßen, grüße gehen hiermit an die Pimmel Elite Und auch Peach High Adventure, wir sind halt gleicher Meinung Lotteriespiel, was man auf der Karte findet Unterm Strich, mehr Schlechtes als Gutes Von dem her lohnt es sich vorher lieber vernünftig nachzugooglen und zu forschen Da hat man mehr von Und sehr schöne Locations auf der Karte auftauchen Die noch was taugen Dann ist sie innerhalb von einem halben Jahr nicht mehr lohnenswert In diesem Sinne habe ich mir neue Feinde geschaffen Wir sind jetzt gleich hier oben angekommen Dann geht es auch weiter mit der Location Ich wollte dich gerade auch fragen, ob das die andere waren Das stinkt ziemlich brutale, gell? Ja Das waren die andere? Ja, das ist super, da waren die andere Die möglichen Blobwerkser, die haben sich gerade eine Tüte angezündet Ja, das stinkt häufig auch krass, ob der passiv vergriffed Ja, das sind doch alle da Angespart und Lustbleib ist auch mal geil Wurde dafür bezahlt und dann gleich hier übernachten darf und bleiben darf Ist doch auch nicht verkehrt, oder? Ja Willkommen in meinem neuen Haus Ja, das ist schön, das ist ein schönter Abschluss Für mein Video Ich muss mal dringend irgendwo in die Ecke passen Ja, ich lasse ihn mal in Ruhe Ja, genau, damit man auch weiß, wer hier gewesen ist Ich markiere mein Revier hier draußen Wir sehen und hören uns jetzt hoffentlich erst wieder im Auto Bis später dann